das ist auf stream starten gedrückt leute klassiker ich spiel phoenix das bei 69 ein okay wenn die auf 69 springt nicht voll Louis war als einziger wieder zu früh alle anderen vier waren synchron bei mir waren fabio und ich weiß gar nicht ich glaube fabio michi oder so zuerstellt das bullshit ich wurde getreut vom game ja dann lass halt erst runde a spielen und mal gambeln ob die wie wir über a gehen wollen wir a short aggression machen ja und denkt dran pre round nicht so viel haben sondern straight und konstruktive kritik kein flame und lobt eure maids und sagt so dass die hohenzöhne sind ich schon zu viert arz decken und dann wollen wir ja dann lasst es so spielen wir haben wir haben unsere combo lasse dann einfach in irgendeinen schock von dran werden wir müssen noch hg brüllen michi mich ist nicht der die haben den game changer die haben das ist das coach ich bin mir ziemlich sicher ähm was wollen wir machen sollen wir zu zweit showers zu zweit einer backside einer lamps oder so wir könnten einen shower spinnen und drei short und louis braucht vielleicht hier wir springen das ich kann wir schwer springen oder louis geht sie klosen und vielleicht dann du kommst an die beginn vier wirst du klosen gehen und vielleicht dann darüber und darauf springen wir michi swing du auch mal damit ich geh schauen ich habe ich habe wahrscheinlich eine made oder so pfade achtung ja ich komme dann etwas zurück Nein, 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 nein. Wir halten es und dann gehen wir inste zurück. Aber zeigt doch mal an, fang ich zu sehr. Ja, die pushen Schauer voll rein, voll rein. Ich komm gleich mal, jetzt ruhig. Einer lang, schießen meine Wall kaputt. Ich bin wahrscheinlich default, Short wird los chillen ein bisschen. Ihr müsst wahrscheinlich mich hier helfen. Ich tickel, ich tickel, da ist nichts. Da ist einer rechts, drüben rechts. Instant, zwei Schauer vorne. Abschauers Entry, theoretisch. Flam sie auf B gesehen, drei Leute. Weil, hat Matsu gesagt. Ne, es ist einfach nur. Ein Hooker, einer. Bin bekannt. Rona Ershort, Rona Ershort hat mich gesehen. Hast du kaputt noch? Ah, shit. Hooker, äh, Seifer, drei Mal. Also, was da noch? Einer war Schauer, zwei Schauer drin. Ich glaub, die gehen... Ja, die sind lang raus. Rona Ershort, Dink, aber nur minus 20, leider. Das zip hier gleich. Okay. Ah, ich bin zu euch. Äh, die haben wahrscheinlich Elbow genommen. Ich kann das vielleicht revieren. Warte, dann macht ihr nen Assi-Revier, oder? Ah, okay. Ich mach krass'n Reveal. Zwei. Zwei Elbow, zwei Elbow, zwei Elbow. BB kommt, BB kommt, BB kommt, BB kommt, Beseid. Hooker tot. Ja. Zwei noch, zwei noch, zwei, beide, zwei dran. Er ist echt noch Hooker. Nice try. Ah, mein... Ich hab' den Racer sehen, wo war die? Am Anfang... Ne, war Hooker drin und am Anfang war sie... Ne. Wir halten Assi-Short defensiv. Wollen wir doch mal V-Contact in die Runde? Äh, sauber und skypern, schauber. Äh, zu fünfter oder zu viert? Ja, zu fünfter. Lass' zu fünfter Assi-Short gehen. Einfach V-Contact in, bitte. Ich steh mir immer ein bisschen passive mit der Nate und werf die in. Vor euch. Weißt ihr was, Ed? Willst du das Rookings oder rechts? Ne, ne, V-Contact in, hier links. Einer muss rechts halten. Sky uns. Nice. Wo durch die Waffe? Waffe, äh... Einer ist sauber vor mir. Dünn ist tot. Da müssen wir uns noch einer sein, noch einer. Sky noch, Sky noch. Beide, 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 beide. Lass' es zurückgehen, zurückgehen, zurückgehen. 136, 136. Kannst du die Waffe haben? Hinter uns. Hinter uns. Beide. Reloading. Ich hab 1-8-B. Du flasht. Könnt'n Spike haben. Haben Spike. Lass' mal weggehen. Über CT. Hier haben wir Trap. Da wirst du Schauwas gehen. Ja, Schauwas. Spike planted. Wir müssen uns beeilen, ne? Hm. Wollen wir rennen? Ja. Wir müssen rennen. Fabi, musst du erst in den Salon. Schauer gehen. Wir gehen short. Achso, hast du Schauer? Ich hab... ok. Sorry. Wo sind die? Ich hab' sie. Haben sie im Triff? Nicht. Geht dir hellen? Der mit... Die Schauer hat mehr Contesten sollen. Na, ich dachte die werden beide... Ne. Beide waren Schauwörl. Und die ist halt schon durchgerannt. Aber gute Eko. Müscht gut. Jetzt normal. Ich kann vorstellen, dass sie weiter die Top spielen. Die machen ganz am Anfang der Runde immer, also die erste Runde haben jetzt einen Sauber-Arrow hier und drei Flash dazu. Wollen wir da das einnehmen mit dem Reveal und einer Smoke? Ja, erstes Mal. Ich halt auch schaut. Wie willst du spielen? Michi, du zerstörst den Reveal und ich versuche ready zu sein für Smokebang-Mail. Vielleicht auf Jump, Spot, Flash oder so. Ich denke mal, Salsa wird auch kontakten. Die waren schon close. Ich flash einfach jetzt, okay? 4A, 4A. Cypher Unknown. Der Rest ist schon Sky-Arrow durch. 2A. Cypher Unknown. Cypher auch A, Cypher auch A. Alle drei. Zwei Short, einer erwachen. Die kommen bisher noch nicht. Cypher auch Shores. Zwei dann. Könnte Lamps einer drin sein, der ist aber aber Short. Der ist schön, ist tot. Beide Shores sind gewesen. Die haben noch 15 Sekunden, Luis. Ja, ich gebe Map Control, ich gebe eh. Irgendwo, keine Ahnung, Alter. Okay, wie lang? Kannst du auf Deep reingehen, hier. Halt mal Shower. Ich hab Schloß. Geht's mal. 40 auf Sky. 30 Seconds left. Beide, beide, beide. Ja. Das wäre doch. Ich hätte nicht mal die Schuhe sollen. Hast du eine Plante-Trippe? Ist der Schott oder? Ja, das war besser. Ich hab eine Nade-Präume. Okay, wir haben aber schon freien. Ja, wir haben aber schon vorhin. Ja, wir haben wenig Geld. Wieder kontakt-en? Ja, wir haben wenig Geld, Dammit. Ja, lass mal, schau aus. Fabi, wir haben unsere Nade-Comp. Lass mal warten, bis die hier geflasht haben und reinkommen. Dann machen wir uns so Zeug ran. Ja, dann könnt ich von hier collapse. Ja, Matze, lass mal durch den Tobi. Ja. Wir haben ja keine gute Flash. Also eigentlich müssen wir einfach... Ey, deine Flash halt. Michi stellte ich am Anfang mal Short hin. Letztes Mal haben die ja ganz am Anfang gedroht. Nur mal, dass du die Drohnen zerstörst. Seifert geht zwei bei uns. Ach Matze, viel Glück. Bist du vor Kontakten, Fabi? Hier ist nichts. Oh nein, bei uns sind drei lang. Sky wird gleich maybe auch short kommen. Die gehen weh. Nee, die Frau hat rüber gegangen. Ich lass dich allein. Blank mal. Ach Scheiße. Wir müssen rotieren, wir müssen rotieren. Die Drohne nicht. Renn, 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 renn. TP, 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 komm mal. Dann ist die Sky mittlerweile Lampstrand vermutlich. Ich hab Cypher angehitt, zumindest 50. Die wissen schon, dass ich hier bin. 2 CT drin, 110 auf Race. Dann weg, Zeit für Heaven. Das ist der Sauber. Die anderen beiden sind schon CT drin. Last Player standing. Lamps durch. Boah. Nice try, Mann. Das ist Anlag, ist jetzt einfach nicht der Headshotter. Und für Retake. Also. Ich spiel mal mit A, Matze. Versuch du einfach wieder safe zu spielen. Irgendwie. Ja, Matze muss da kommen. Der Defizit noch für Retake spielen. Also wir machen halt meine Wolle, ne? Ja, okay. Das ist trash. Wir sollten die Wolle mal defenden. Das stimmt. Lass uns nicht flashen. Dann geh mir vor, okay? Auf die Flash warten wir. Nein. Ich weiß, dass er doch nicht wieder seine Cam haben, oder? Auf a swing? Ich bin hinter dir. Zu weit weg. Wir können es versuchen. Bist du ready? 3, 1, 2, 1. No where to run. No sober hier. No sober hier. Raze pusht uns. Geht euch. Geht euch. Lassen wir. Sorry. Ich hab gefightet. Schön, Matze. Kannst TP gleich und resten. TP und rest. A4, A4 bitte. Wir sind in Schaus drin. Wir haben beide Ultiker. Also am besten. Vers Justus. Machen die Woll kaputt? Nee. Woll kaputt. Ihr habt noch Brim Ult. Ich hab Ult. Ich hab Ult auch. Sind CT. Geplantet? CT ist was, maybe? Sind CT. Sind CT. Da kommt ein Reveen. Der Reveen tut sich nicht. Ich ult einfach. Wird Elbow stehen wahrscheinlich. Ich hab mal sagen. Da sind noch Smokes. Flasht du raus? Machen Smokes noch? Ist Phil lang geplantet. Default. Ein kleiner Elbow noch dran. 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 Ein kleiner Elbow. Ein kleiner Elbow. Eine Elbow. Eine lang. Sky und noch. Ach die Elbow. Ach die Elbow. Renn. 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 Ja. Nice. Komm Jungs wir haben das. Wir haben das. Die sind nicht gut. Oh nein. Diamond Body. Good Chip everyone. Good Chip. Good Chip. Good Chip. Jungs holt mir mal Info. Ob die Verschauer sind. Ich bring dann einfach CP und Ulti weg. Okay. Luis kannst du auflegen. Ja ist einfach gekommen. Long. Das steht immer long. Michi ich kann dir legen. Ich kann dir legen. Thank you. Ey Luis. Was soll ich machen jetzt? Ich hab nichts würde ich machen. Bleib einmal bei B. Schau drauf. Bei B. Barbie TP jetzt sowieso rüber. Wir müssen gleich rüber. Ne ne einfach gleich rüber. Ne ne einfach gleich rüber. Nur Sky flash hier. Mehr nicht. Nur Raze Boom Board. Guck da. Ich mach mal ne Wallicht. Auflegen. Drei. Zwei. Zwei. Einer vor Shower. Einer vor Shower. Zowa war Short. Ah Short. Ich hab da alles was. Ich hab da hinten. Ich hab hinter dir. Aaah Raze. Raze sind da. Ich lasse dich allein. Okay, Zowa Short. Zowa Short. Ist einer Shower drin? Die Sky war vor Shower. Raze war vor Hooker. Ich hab short den Entry, kannst du Schau aushalten? So ein bisschen überchicklen, was auch immer. Geht kein Dog mehr? 2 bei mir? Wenn die B hätten wollen, die wollen B hätten. Oh, ist noch ein. Beide, beide, beide. Hock du dich mal links raus. Du hast, äh, Ult. Wir smoken hier. Gehen beide B lang. Ich ulti die Matze, du kannst rennen. Ich ulti, du rennst, du rennst, du rennst. Nur ein Detektet aber. Einer Elbe und einer Side irgendwo. Hat geplantet, der wird lang gehen. Entschuldigung, letzter war Elbe. Minus 40. Warte auf Michi. Soll ich Elbe ulti? Ich smoke das noch weg. Tschüss. Ich habe hier ein gutes Ding. Ich bin keine Ganspads. Egal. Jetzt Fabi war so insane mit Seite. Ja, das war gut gemacht. Ich könnte eigentlich immer irgendwie B lang vor Kontakten, so wie der Seifer da steht. Ich habe kein Geld. Ja, wir haben recht. Ich würde mal nicht gehen, oder? Das ist aber auch ganz viel mit dem Stimbeacon runter. Boah. Ja, das ist gleich zwischen 2-2. Geh wieder. Ja. Fabi legst du mir? Matze wollen wir ganz frech einfach nur Wall und wir stellen uns im Crossfire, oder hast du, jetzt kommen die Hooker zu Akkris. Fabi, wir können auch mal hier den Ate bekommen. Lass mal für's den Ate machen. Na gut. Geht ihr beide? Lang? Race Hooker, Race Hooker. Lass nicht die P werfen. Äh, Hooker durch, Hooker durch. Bist du alleine, Fabi? Matze, du bist da tot. Schön. Ich ult aber. Wir bleiben mal, wir bleiben mal. Eine lange noch. Ist tot, ist tot. Einer Hooker. Zwei Hooker, zwei Hooker, innen drin. Beide Hooker, beide Hooker. Oh fuck. Ich nehme Map Control. Haben wir jetzt beide Waffen. Die hat einen E-Course, hat niemand gecallt übrigens. Hooker, Cypher? Wusstest auch nicht. Zwei da, zwei da. Haben wir jetzt, haben wir eine Sheriff und eine Wendel. Ich sproch das. Ich mach Trampile kaputt, die haben Angst. Ich geh zurück. Auf Jump peek ich. Du hast keine, die haben keine Flashes. Peek einfach nur. Die haben keine Flashes. Die haben keine Flashes. Oder fällt ich mir das ein? Muss ja nicht lange revealed haben. Seife. Ich schaue es rein. Du hast recht? Ja, ah, ah, ah. Ah, kommt. Aschhort. Weiter. Das ist die weg, Bro. Drück die Threads aus. Ganz richtig. 30 Sekunden left. Stand down. Letzter ist, glaube ich. Das war der Echo, ne? Ja. Ja, das war ne. Marzen, lass uns das noch mal machen. Aber ich mach den Arrow einfach, okay? Ja, ne. Ich wusste nur nicht, dass die Hooker raus springen können, mich von hinten machen. Ja, ne. Das war ja genau das Problem bei... Ich hab' dem Aufhänger. Ne, ne. Davor hatte ich ja Angst, dass wir... Wir haben Brim Old. Passt mal Lamps auf, bitte. Ihr habt keine Dash im Inneren. Ne. Ne. Papi, passt Lamps auf den Brim Old. Ja, ne. Wollen wir diesmal Shower aggressive spielen oder short wieder? Du gehst einfach in die Ecke, ich mach den Reveal für dich. Kann unter dir stehen. Ja, halt short an. Ich stelle mich aber weiter hinten. Also ich tue Crossfire von... Swing auf deinen Contact-Base. Das klappt euch besser. Und da haben wir auf Flash rum springen. Danke mal. Drohne down. Zwei Showers. Race is ours. Okay, dann komm ich bloß zu dir, Michi. Ich komm bloß zu dir. Reveal. Redetected. Blanken. Dort auch was, short was. Short was. Short was. Bin stunned. Bin stunned. 2. 2. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 2. 2. 4. 1. 1. Sorry. Fuck. Australians. Na, ich wurde einfach überrannt von allem. Äh, Halfway? Wollen wir mal kaufen? Wollt ihr nochmal... Wobei, Arschhort rundet ihn nur durch, ne? Lass das mal hier so spielen, wir haben hier eine Brimsmoke. Da. Ähm, Michi, du kommst hierhin, piekst, wenn geflasht wird und ich stelle mich close vorne mit der Judgment. Okay, ich kann auch Revealen. So bist du... Ich reveal und halte danach Schauf. Revealen brauchen wir gar nicht. Äh, halt nur... Ich mach eine Flash-Peak kurz, dann sprint ich weg. Aber Leute... Äh, Close for Shower, ich will, dass du auf die Flash-Peakst. Okay, ist nichts. Ich lauf einfach laut weg. Sinn? Dann kannst du theoretisch... ...halten. 50 Reis. Noch einer da, die Reis. Einer steppt noch vb. Du hast einen vb-steppt mehr, noch richtig lang. Ne, einer kommt Market. Das Ding ist... Oh, kann. Hat nicht Spiel. Ich will ein 3 auf A. Da wird wieder Strapware sein. Der Market. Ich habe geräumt. Ich komme hier noch close-off kurz. wenn die wenn die schauer griffen machen rennen die so schnell rein dass du da was kaum hinkommt das war ja hier aber halt wirklich wollte es noch mal spielen so oder das letzte mal ist die race a short durch geultet und den bathroom rein übrigens ich bin hinter der luis war hier schnell ich komme nicht weg das war schnell einspüren. Oh, zwei Hooker. Zwei Hooker, einer lang. Ja, zwei Hooker, einer lang. Oh, schade. Zwei Runden noch, Leute. Wir müssen eine Eko machen. Wollen wir mal B lang entgegen gehen? Das ist immer der Cypher. Ja, er campt halt vorher. Er campt vorher, das ist das Problem. Wir können auch Hooker, actually. Dann lass doch Hooker halt durchmachen. Dann hält ihr zusammen Shot an, oder sowas. Eko, äh, vorletzte Runde machte. Dann lenke ich rüber, den Glück rüber. Fabi, ich mach die Cam kaputt und wir müssen dann beide anhalten. Er kommt so am Runden. Okay. So wollen wir, äh, willst du up-smaken? Ich hätte sonst nur gewollt. Die ist drinnen, die ist drinnen. Bete, 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 bete. Ah, fuck. Du bist gleich nicht vorne. Ich bate. Fleisch wieder, Fabi. Ich brauche Hilfe. Hey, renn mich immer nieder. Ich muss hier schauen. Was eigentlich gibt, weil wir eh kommen. Dem Info, Fabi. Ich glaube, wir müssen einfach Defense hier verwollen. Wir können Showers da nicht einnehmen gegen den Jute. Ich wollte, ich dachte auch nicht, dass wir einnehmen. Ich hab nur abgewollt und geh back. Ja, aber die rennen wir ja durch sollen. Wenn, dann müssen wir hier bauen. Next one, next one, next one. Ja, die haben noch sehr viele Olds. Ich hab noch Old für Retake. Justus auch. Ja, aber die haben Sova und Blimbold für up-top-down. Ah, shit. Ja, Fabi, dann lass uns wieder ein Plank vorbereiten, hab ich jetzt, oder? Aber versuch mal nicht so schnell zu sterben. Ja, ich, ich steh hier hinten. Weiß aber, wo Smoky überhaupt? Gar nicht, ne? Heaven, genau. Flash und drei. Eins, zwei, zwei, zwei. Sova Drohne down von Short. Nice. Er hat überlebt. Ihr müsst retilten, ihr müsst retilten. Arshort kommt. Ist das geil? Ich probier Arshort. Ich würde es flashen. Kann sein, dass die B kommt zu euch, ne? Ich glaube, es wäre wahrscheinlich, dass die B kommt. Ja, schön. Betötet. Er ist da, er ist da. Ich geh Heaven hoch. I don't sit down for me. I know exactly where you are. Ich komme mit Rudan. Brimstone is one shot. Achtung, Hooker. Ich komme mit Hooker. Get jumped, get jumped, get jumped. Ach, die Cypher. Ja. Es ist schon Zeit. Zwei hier, zwei hier. Das ist ein Cypher-Trap-Wald-Close. Baitrest einfach. Das ist ein Trap-Wald-Close, ja. Hopp. Ja, Typ. Wir haben Brim und Sova Ult. Tapp an, Tapp an, Tapp an. Einer muss dann lang zwischen von euch, wenn ihr so holt. Warte, ich heal gegen, ich heal gegen, ich heal gegen. Der Hooker kommt. Von lang. Stick, 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 Stick. Lass, lang ist Smoke offen, lang ist Smoke offen. Oh, er hat ne Gap, pass auf. Noch einer, letzter lang, letzter lang. Weiter weg. Er kann Hooker kommen. Oh, fuck. Musste einfach stick. Kann er nicht. Die Smoke ist, er wurde, Matze, Matze, er wurde von lang abgeschossen, weil die Smoke offenbar. Ja eben, das war das Problem. Aber das ist ne gute Idee mit dem Gegenwind. Es gab des Problems, die haben halt drauf geschossen. Ähm, machen wir erstmal. Ähm, können wir, ähm, Showers einnehmen, zu zweit? Wollen wir hier mit fahren? 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 Äh, ich kann mir vorstellen, dass die sehr schnell flanken werden. Wollen wir dann halt noch aus? Ja, haltet mal Asshort an und, äh, können wir dann mit zweit Hooker anhalten. Ich mach Action, ne. Ah, ist so, wir haben Sanktchen. Lass mal am Anfang direkt. Ja, ja. Kannst von hier vorne starten, dann musst du nicht gerade nach vorne laufen. Statt von hier vorne, ne? Du musst hier einen längeren Weg lauten, dadurch dass es schreck ist. Fleisch. Okay, oder anderswo. This is where we will. Ja, ich mach's so. Ich check it und du zwingst. Fleisch. 50 auf Sky. Los! Ähm. Wollen wir die Falten? Ja. 50 Sky angehört. Man, wie seh ich die dann? Ne, sie sind schon weg. Matze, warte mal auf mich. Ah. Wenn der Pulse reingegangen sein, oder ich... Lockstarten ist, keine Ahnung. Dann lass die noch falten, oder? Gleido. Okay, wir wissen komplett, wo wir sind. Wir haben ein kleines Problem. Wir lassen nur von mir. Achso, okay. Er piekt. Das ist okay. Er hat euch alle jetzt gesehen. Die wissen... Alle... Ja, na komm, lass es rotieren. Ich denk's. Ich muss mich auch kurz sehen. Oh, der sieht dich noch. Wuschen her. Ja. Nehmehra. Schorten kommen. Oh, ey. Mann. Voll Flash. Oh, ey. Voll Flash. Ja. Wir können die auch einfach zu fünft anhalten. Die Flashen halt da vorne. Wir müssen halt die Flash rutschen. Er hat doch den Leermashort noch gemacht. Ich will die hier bekommen. So. Hier, passt auf die Flash rutschen. Kontakt oder vorn? Hm? Lass mal Konten. Lass einfach mal anhalten. Hier kommt was? Jumppick, Jumppick, Jumppick. Am TP gedockt. Jumppick immer noch. Wollen wir einfach warten? 3, 2, 1. Alles gut, der hat nur eine. So. Wart. So. So. So weit. Noch mal Flash? Mindestens 2 hier. Wecky? 2 hier, 2 hier, 2 hier. Anadal. AC, wir müssen allein. Wolltest du ihn sehen, Lass. Ja. Es sind, ja. Zwei Leute hier noch, lass, bei Cypher auf C, na. Lass über a-Short gehen, ich kann gleich survivieren. Hast du Smokes? Ja. Ok, ähm, ich spiele. Anna steht nur noch close, weißt du ich komm mit? Kommt hier mal mit mir langsam? Ja. 3, 2, 1. Seht ihr auch noch Anna? Ich helfe ihr. Ich helfe Farben. Sky tot. Einer Heaven. Einer Heaven, einer Backside. Let's Heaven, let's Heaven. Splendid. Ich muss einfach nur Double Headshot mit Classic drücken, dann geht das so. Super Stand leider hier, Klaus. Ah, ich drüber forsen. Lass mal einfach Arshorn rennen. Arshorn? Split? Oder Flag halt? Ne, Arshorn. Einfach Arshorn drauf, wir haben Stage Wall. Die joggen durch den TP, hier kommen Shock Darts, und so war Revealed later, Arshorn. Ja, das fand ich immer fast Revealed, wir probieren. Hier hat er letzte Runde in den Shock Darts reingehauen, seinen ersten. Skyflash. Are you ready? Ich auch. So, ich flash hier unten. 2, 2, 1. Wir müssen Wall planten und dann müssen wir halten. Schön. Ah, ich hab die. Letzte Flank, Matze? Halb Flank, halb Flank. Ja. Vielleicht vor Showers ist was. 2 vor der Wall. Die werden hier drüber picken. Du hast die starke Waffe. Du machst einfach das. Gejumpft, Baby, hier oben drauf. Hier oben drauf, auf Triple. Mach auf, auf Triple. Die steht auf Triple drauf, minus 80. Schön, Michi. Habe ich sprayt einmal hier rein. Eine Wall noch in Showers. Okay. Reicht, 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 reicht. Die Wall ist doch nicht zu, die ist ja immer noch zu, oder? Ja, noch. Wenn die Wall aufgeht. Wall bricht jetzt gleich. Wall bricht. In 2 Sekunden, Watch. Ist weg. Brim Backset. Zwei vor Showers. Zwei vor Showers, zwei Bench. Safety Waffen, Safety Waffen. Nice Jungs. Ich wusste nicht, dass das ein Engel ist, ey. Holy shit. Der Prims hat gerade einen Spectre gesaved. Nein. Welcher Engel der auf der Box hier? Ah, hier, hier, der Engel. Ist da drauf gejumped und den Smokes kann ich nicht sehen. Ja, wo bist du durch unten, Afford? Dann lass doch. Dann lass den RB gehen, oder? Ja, aber gegen Cypher halt, ne? Ja. Ja, und? Ja, ne. Dann fress ich einen Tripwire und bin tot. Ich bin Arsch-Därker. Ja, ok. Dann lass angehen. Dann reveal ich dir, soll ich dir Short rebilen, oder paar Showers, Luis? Dass du da durchsprayen kannst. Erstmal ruhig. Bei Matz hat ja gesagt, wir warten mal 15 Sekunden. Warte mal, falls in der Flash kommt. Ja, eben. Genau das meinst. Boah. So was. Noch einer, close, noch einer, close, noch einer, close. Ich push dagegen, ich push dagegen. Ja, push. Ich hab zwei. Ist zurückgegangen, ist zurückgegangen. Ich sag den, ich sag den. Lamps drin, Lamps drin. Lamps minus 40, Lamps minus 40. Weil das ist der zweite andere oder so? Pass Flank auf, pass Flank auf. Nein, kein Flank, kein Flank, beide Seiten, beide Seiten. Lamps drin. Rimm kann Backtrickle gleich rauslaufen. Du hast, äh, noch eine Molly. Der einzige, der hier ist. Ah, hast du nichts, scheiße. Das war einfach. Nice. Letz das minus 80. Zwei Schütze. Woll bricht demnächst. Ja. Schön. Nice. Let's go. Hey, richtig gut, dass die Racer bekommen hast, Alter. Ja, die Racer sollte einfach mal ihre Corners clean. Ich stehe hier close. Was? Sie war so hart Fokus verschossen, ne? Ähm. Sie haben wieder Eko. Vielleicht hat Seifert, ja, Seifert hat noch am meisten Geld von allen. Äh, du sagst ich auch. Aber wir können's versuchen. Ich hab, ich hab kranke Reveals. Ich kann bloß nicht Inside Tube revealen. Lass mal am Anfang, äh, A anhalten und versuchen, B bisschen fort zu gehen. Okay. Würden wir mal versuchen, flashen zu lassen auf A. Ja. Ja, lass dich flashen. Ich flash aber dagegen. Sofort. Ein bisschen weird, aber es war anhalten hier. Die könnten aber lang kommen. Ich stehe Anti. Ich stehe Anti. Ich stehe Anti. Ich stehe Anti. Ich stehe Anti-Flash. Der Ander-Stand-Aktis-Short. Sehr gut, macht er. Dann haben wir schon mal ein Fake. Hältst du mich, hältst du hier? Ja. Also, lang mit Marshall, lang mit Marshall. Die hält dich an, ich bin nicht. Hast du die Waffe gesaved? Nee. Sauber Sky auf, äh, A. Der ist jetzt aus Schauers raus. Pass auf, aus Schauers raus. Der ist jetzt in Schauers raus. jetzt aber dass sie dass die steht ja nicht mal die steht nicht mehr oder so es geht hier vorne und hält den engel die gehen mittlerweile einfach vor viel nach vorne wir können es auch anhalten ja oder wir machen wir den fähig noch mal wie gesagt und matze lässt sie flash und du gehst vor fabi oder so und wir halten zusammen was aber auch dass es zwei zwei machen das war hier zwei ich komme mit ich komme mit matze abstellen wollen wir am anfang zwingen flashen die in die gleiche war ja vielleicht ist auch da und gegen gehen lassen wir am anfang einfach wir könnten operator haben das doch halte mit der an michel dann das vorne gehen und dann flasht er warte noch ein bisschen okay ich bin ready zu flashen 321 ich halte einen rechts das wäre gut wenn du dann über den kommst wir sind smoked wir sind wollen wir über lang gehen und dann geht vielleicht berg zu lang hier ich komme mit lang wir müssen uns beeilen müssen uns beeilen auf geht´s ich ult der side uca kann stehen uca kann stehen einer side ich hab plant ich hab plant plant open hier du hast noch ult du hast der flank auf ist noch ein trapper irgendwo ich komm mit ich zack da rein in elbo zwei verkämpfung genug hast du lang clear noch lass mich spielen michi lass mich spielen du hast ult ich flashfall ich flashfall jetzt brauche ich gleich style raus 132 style sauber zwei hier zwei hier ich schweil dich ich schweil für dich ich schweil für dich letzter war elbo letzter war elbo ja immer noch elbo saft ja geht ct bleibt saft feite den nicht wir haben zum nächsten viel geld in gut gut holt michi Ich glaub der Cypher war eigentlich alleine irgendwie Elbow irgendwie dreckig, die haben das nicht gehalten. Wenn ich ult krieg, könnte ich ulten, wir könnten einfach B vorgehen. Und dann ult ich einfach von lang. Aber willst du nicht eher A ulten? Bei B ist doch immer kacke mit Trap-Wars. Wo waren gerade Trap-Wars? Habt ihr irgendwas gesehen? Nein, Trap-Wars war irgendwie so und das andere... Nein, das andere hat mein hier. Dann Lassler geht dann zu dritt oder so lang, einer kommt mit mir Hooker durch. Dann geh ich Hooker, dann geh ich Hooker. Oder wir benutzen einen Dock, weil ein Dock ist ja... Im Remote. Dem Eco. Dem Eco, aber die haben noch ne Waffe von Raze. Lässt du noch ein Trap? Ich hab das Trap-Wars verstört, Barbie. Einer CT dran. Bin ready für Reveal. Reveal kommt, Reveal kommt. Sky drin. Ist tot, ist tot, ist tot. Ich halte den Flank hier. Matze, hältst du gleich Flank bitte? Brim war CT oder Elbow? Hält mal einer CT. Ich halte CT. Wir haben keine Flasches mehr. Bleib einfach so, Luis. Wir sind oben unten. Okay. Smoke Mooker. Junge, ich bin so krank, Alter. Letzter hat ne Waffe, Letzter hat ne Waffe. Nice, sitzt los. Ich muss ganz, Chris, bitte timer machen. Ich muss ganz, Chris, bitte timer machen. Und besprech mal irgendwas. Der MVP is mine! Bist du dis! Heimot, ich... Seit dem Leon aus Versehen ihr Game FF'd haben, schau ich immer zwei Mal nach. Ja ich habe extra drauf. Ach, haben wir im Scrim auch, hab ich klar, hab's ihnen nicht geklaut. Ne, ne, die haben wir auch danach geschrieben, dass die Konzentration am Ende... Sondern im Official gegen... Ich weiß nicht, welches Team das war und es ging drum, ob sie auf LAN fahren oder nicht. Okay, passt jetzt. Was machen wir? Okay, ähm... Wir haben keine Old Swim, ne? Doch Luis, Luis, eine Old. Ich glaube, die versuchen jetzt wieder zu adapten. Also ich glaube, die stellen jetzt mindestens zwei... Die haben ECO, die haben ECO. Die haben wieder ECO? Nicht gerade ECO? Ja, aber... Wir haben so ein bisschen... Was machen wir, wenn die ECO haben? Wir machen irgendwas zusammen. Können wir A Short halten? Ja, können wir... Dennoch irgendwas mit Schauer machen? Wir haben immer A verloren. Ja, können wir machen, aber wir haben nicht wirklich krasse YouTube für Schauer. Wird aber A Short tatsächlich ein bisschen zurückgehen. Nicht, dass die Brim Olden klauen. Ja, ich weiß, aber ich kann halt... Dann lass zu dritt A Short anhalten und zu zweit bei Schauer stehen. Wer geht wohin? Ich kann theoretisch... Also A Short ist halt mein Reveal geil. Aber ich kann auch prowlen für Schauer. Also willst du ein Argo? Wir wollen aber erstmal anhalten. Ich kann mir vorstellen, dass die B lang drauf gehen wollen. Oder BB Hooker. Christian, weit hinten bleiben. Weil ich glaube fast, dass die irgendwo aufgehen und Brim Olden. Okay. Ich mach hier ne fast Reveal. Und ich komm mit dir Schauer. Was? Was? Lass anhalten. Ich glaube Kamen Hooker, wenn ich's richtig gehört hab. Warte Justus, warte. Kann da reinprawnen. Ja. Ich lass sie jetzt Hooker vorgehen. Michi lass zurückgehen. Oh lol. Okay Bobby. Ich nehm Olde auf. Weiß nicht, ob sie mich gespottet hat. Ich glaube nicht. Hat uns zwei gesehen. Der ist back triple dicken Seite. Wir haben 10 wieder Reveal. 10 Reveal. Warte bitte 5 Sekunden auf mein Reveal. Wir haben Brim Old, passt auf. Ich hab. Okay, ich auch. Ich flash hier raus. Drei, zwei, eins. Ist doch update family. Noch eine Heaven, noch eine Heaven. Einer Schauer, eine Lamps, eine Lamps. Ich flash hier. 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 Hier, close in der Smoke. Einer triple, triple raus, triple raus. Dann ist noch einer triple auf jeden Fall. Lamps, Lamps. Lamps, Lamps, Lamps. Lamps, triple, triple. Wir sind low. Wir sind low. Wir sind low. Ich muss reloaden. Es geht Richtung Lamps. Waffen, 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 Waffen. Ich hab in zwei Sekunden Reveal. Ich will hier gleich. Ich will hier gleich. Lass deine Waffe draußen. Hat kein Save Team. Deiner Schauer hinten, ne? Short. Geht auch auf das TP-Seil, oder? Ich gehe gehe. Wo ist denn der hingegangen? Äh, Waffe. Der ist Schauer. Ist am Zweifel? Oh, mit welchem Timing denn, ey? Holy shit. Let's go, let's go, let's go. Du stirb nicht. Mit welchem Timing, ey? Mit welchem Timing, ey? Mit welchem Timing? Ich kann noch legen, Matze. Okay, die hatten dann Shorty hier und Shorty da. Äh, Fabi, ich hab die Corner gecleared mit meinem Prawler. Nö. Aber I don't know. Egal. Lass doch mal B gehen. Ja, B gehen. Ich mach wieder den Reveal. Der revealt eigentlich alles, bis auf den, im, im Typ drin. Drei, drei langen. Zwei drin. Müsste auf den Typ aufpassen. Am Anfang, bevor du deinen Prawler rausholst, lass erstmal anhalten und dann gehen wir langsam vor. Ja, ja, ja. Skyflash kommt hier. Ich bin Anti. Hat dich gesehen, Fabi? Ich flash trotzdem. Achtung. Drei, zwei, eins. Das war's los, das war's los. Spiel mich los. Ah fuck. Zwei lang, zwei lang. Bitte, wir haben's hier. Hab dich. Drei lang, noch zwei lang. Lass ihn flanken. Lass ihn flanken. Wollen. Letzter CT, letzter CT. Könnt rotieren. Rotiert, rotiert, rotiert. Springt CP, springt CP. Habit. Geh, geh schon mal planten. Der kann noch nicht da sein. Plant hier. Der kann gleich da sein und ich baue, wenn du isst. Ist Heaven, ist Heaven. Heaven, ist Heaven. Ist Heaven, ist weggesmogged. Lass Heaven anhalten, die Smoke. Der ist, will runter droppen damit. Ist runter. Minus 80. Schön, nice. Ich bin safe. Boah, Fabi, ey. Hab ich nicht mehr gehabt mit dem Cypher. Dass die Raze da nochmal vorkontext, nachdem sie weiß, dass da drei Leute sind. Drei ist ne Nutte. Das kann ich nicht auf dem Schirm. Luis, damit wär alles gesagt. Ich hab auch noch Volt. Ne. Nächste runter. Was machen wir? Die haben Raze ult. Die haben Raze ult. Ja. Passt auf. Ich kann mir vorstellen, dass ihr ultet. Und äh. Passt. Ihr unterstützt bei Luis, dass ihr das auch kriegt. Dann ultet er wieder an zwei. Fabi, trust. Ich steh ganz kurz hier. Falls die Raze ulten und Market gehen, ich töte die. Okay. Ich mach Reveal. Ich mach Reveal. Boah, die Pursche lang. Noch einer, noch einer. Ich. Nice. Fabi, äh, wir gehen über lang durch. Chill du, Fahuka. Pass auf, dass du nicht geflankt wirst. Die kann close was sein. Er lässt Argen, er lässt Argen. Er lässt Argen. Cypher kommt hier sein. Brim, weggegangen, ist vorhin drin. Cypher kam hier irgendwo. Brim kommt CT. Ich geh hier in die Cabi rein. Auf Spike. Mach's der Swing auf mich einfach. Ich hätte sonst persönlich gebetet. Ja, was? Einer Short? Schön. Letzter kommt CT ist wahrscheinlich wieder Evan. Ich hab ein Zweile Reveal. Ich hab ein Zweile Reveal. Schön. Nice. Ich fand die Ecke von denen, oder? Ja. Ok, äh, die haben noch Brace ult jetzt. Ich dachte immer noch ult. Und, äh, ich würd sagen wir gehen einfach noch mal B. Ja. Äh, ich werd dann da rein ulten auf site und revealn. Fabi, vielleicht kannst du backstory mit deinem Ult entern. Äh, ja. Ich würde aber nochmal ganz kurz hier hinten stehen und warten, falls die Raze ultet. Dass ich, wenn sie Market durchputscht, dass ich sie vielleicht aufgatterwisch. Mach das, mach das. Musst doch halt wegrennen. Einfach einfach wegchompen. Ja, ich renne dann zu den anderen Flangen. Ich vielleicht trotzdem? Warte, 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 warte. Drei, zwei, eins. Bleibt euch Fabian? Ich euch fange. Geil ulti. Hooker, left side, left side. Was angehalten? Hooker. Ist tot, ist tot. Noch einer hier, noch einer hier. No, der hatte ich im Flug. Einer hat es wieder TP, oder? Lassen wir mal ran. Ich geh jetzt zurück, wenn ich converse, oder? Ja. Warte, hier ist einer drin. Die könnten flanken, die könnten flanken. Ich hab Flanken. Geiler auf rechts in Hooker drin. Ja. Ich hab ein Reveal ready. Nice, ich reveille. Wollen wir rotieren jetzt, oder besser? Wir gehen, wir hinten, wir hinten. Ich reveille? Ich muss ja nie auf Flanken bringen. Da war's. Chill, 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 chill. Wer attackt sie? Einen. Einen attackt sie. Backside, 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 backside. Ist tot. Schön. Nice, Dom. Einer geht lang, bitte. Einer geht lang, einer geht lang. Ist das CT? Zwingt auf meinen Contact. Sch***, 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 sch***. Nice. Jeez, let's go. Alter, die haben wir ja so abs genommen. Geil, Leute. Unser Attack. Ich sag's was. Ne, das haben wir auf B gut gemacht. A war ganz okay manchmal. Aber B war in Zayin. B in Zayin. Ich fand die Reyes gut. Die erst geprowledet wurde. Dann genaded von Fabi. mit meinem Sack zusammen. Und dann tötet sie sich selbst mit Ult. Ah, der ist ein Profi. Haben wir jetzt Geld gewonnen? Na, nein. Michi, wir sind im Last Chance Qualifier. Michi, wir sind im Last Chance Qualifier.